Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dungeon 2. So, damit ihr mich auch ein bisschen versteht, machen wir Einzel-Spieler, machen wir Kampagne. Es war soweit. Die Truppen des absoluten Bösen hatten die Allianz bis zu ihrer Hauptstadt Königsschlund zurückgeschlagen. Die Zeit für die finale Schlacht war gekommen. Macht euch bereit, die Allianz und damit das Gute in diesem Land ein für alle Mal auszuradieren. Jawohl, und gemacht. Ach, es war einmal ein Königreich voller Blumen und Regenbögen, in dem immerzu die Sonne schien und eben mit all diesem anderen Gutmenschenkrempel. Dort lebte die Allianz der abscheulich guten Völker in unverdientem Reichtum, Wohlstand, Saus und Braus. Doch es gab von dort auch einen Weg, der zu einem anderen Ort führte. Am Ende dieses Weges, hinter einem Loch im Felsen, lebte das absolute Böse. Nicht in einem simplen, schmutzigen, nassen Loch, das nach Schlamm und Moder roch, sondern in einem nach dem letzten Schrei der Finsternis eingerichteten Dungeon, vor dem sogar die Dunkelheit selbst Angst hätte. Das war die Heimat zahlreicher unschuldiger Monster, die dort ein fröhliches und zufriedenes Leben im Einklang mit ihrer Umwelt genossen. Doch immer wieder kam das ekelerregend wohlduftende Gute in diese Unterwelt, auf der Suche nach Schätzen und Erfahrungspunkten. Viele ganz und gar nicht unschuldige Monster fanden dabei den Tod. Aber schlimmer noch, die Schätze des absoluten Bösen wurden gestohlen. Eines Tages, als wieder ein paar Helden seinen Dungeon geplündert hatten, war es dem absoluten Bösen zu viel und es beschloss etwas Neues, etwas Ungeheuerliches zu tun, an die Oberfläche zu gehen. Die Allianz versuchte sich zu wehren, doch die anrollende Horde des Bösen schwappte über sie hinweg, wie eine zornige Welle aus Äxten, Zähnen, Haaren und schlechtem Atem. Nach zahlreichen unerbittlichen Schlachten stand das absolute Böse schließlich vor der Hauptstadt der Allianz, Königsschlund. Ich vergesse nicht, dass die Hand des Terrorismus mir in der Kreatur aufnehmen kann. Ihr müsst sie nicht einzeln Transparenz, okay? ... ... ... ... ... ... Ich bin hier mal gespannt. Ich bin hier. 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 Nach zahlreichen Schlachten erreichten die Truppen des absoluten Bösen schließlich die Hauptstadt der Allianz, Königsschlund. Die lachhaften verbliebenen Kräfte des Guten hatten sich hier eingefunden und machten sich für die letzte Schlacht bereit. Das Böse würde einen hohen Preis bezahlen müssen, um die Festungsmauern zu erstürmen, dachten sie. Plötzlich hörte man in der Nähe. Sie sahen wie ein Grollen, Steine barsten ein Grollen, Steine barsten auseinander und gaben einen alten Pfad in die Tiefen frei. Aus der Dunkelheit schelte sich das unbesiegbare Böse. Mit mächtigen Schritten setzte sich das unaufhaltsame Böse in Richtung der Front in Bewegung. Für den Fall, dass es vergessen haben sollte, wie das funktioniert, wurde ihm eine formidable Hilfefunktion eingeblendet. Wollte es einstellen. Wollte es einstellen. Wollte es einstellen. Gucken. Wollte es einstellen. Ich sagte, mit mächtigen Schritten setzte sich das unaufhaltsame, aber etwas schwerfällige Böse in Richtung der Front in Bewegung. Die Gegenwart des absoluten Bösen machte sich auch im Land bemerkbar. Gras verdorrte, die Milch wurde sauer und teilweise gab der Boden nach und den Blick frei auf blubbernde Lava. Selbst der Wald hielt der Aura des ultimativen Bösen nicht stand und zog sich zurück. Ein paar Einheiten der Allianz hatten sich hier verschanzt. Zielstrebig bewegte sich das absolute Böse auf diese zu, um sie mit seiner mächtigen Waffe niederzustrecken. Das absolute Böse hatte ein Abzeichen entdeckt. Durch legendäre Auszeichnungen wurden Kreaturen noch mächtiger. Allerdings konnte eine Kreatur immer nur ein Abzeichen tragen. Mit gierigen, flammenden Augen nahm das heimtückische Böse die blutige Szenerie des Schlachtfeldes in sich auf. Hier würden die letzten Verteidiger des Guten sterben und ein Zeitalter des Bösen bräche an. Die Geschosse der Allianz-Katapulte verdunkelten den Himmel, aber die Kampffähigkeiten der Horde erreichten in der Finsternis ihren Höhepunkt. Wenn sie denn überlebten. Nichts und niemand konnte das unbesiegbare Böse aufhalten. Ein weiterer Held wurde vom absoluten Bösen zur Schlachtbank geführt. Oh! Das absolute Böse zerstörte mit Leichtigkeit das westliche Lager der Verteidiger. Nun leistete nur noch ein lächerliches Lager dem absurd bösen Bösen Widerstand, aber auch dieses würde nicht lange standhalten können. Die Kräfte des Guten hatten gegen das absolute Böse keine Chance. Das Gute zu besiegen fiel dem unaufhaltsamen Bösen so leicht wie einem Kind den Lolli aus den Stummelfingerchen zu hauen. Das absolute Böse zerstörte mit Leichtigkeit das östliche Lager der Verteidiger. Die Verteidiger vor der Stadt waren geschlagen und am Boden. Nun war es an der Zeit, Königsschlund anzugreifen. Die finale Schlacht stand bevor. Bin wieder mal gespannt. Das Stadttor war fest verbarrikadiert durch die Bogenschützen der Allianz. Doch das absolute Böse würde sich von solch einem ridikülen Hindernis kaum aufhalten lassen. Also los, vernichte sie endlich! Das absolute Böse nutzte seine übermächtigen Zauberkräfte, um diese Bogenschützen auszuschalten und das Tor der Stadt zu öffnen. Mit seinen Legenden warte kurz, es kommt gleich. Deren Kräften zerstörte das absolute Böse, mühelos das Hindernis und löschte zugleich eine ganze Gruppe von Verteidigern aus. Wahre Geschichte! Der Weg in die Hauptstadt war nun frei. Das absolute Böse zögerte keine Sekunde.